Ich habe mir jetzt einen neuen Challenge aufgebaut, diese Kiste in Drift Kiste zu bauen. Also gehen wir raus, gucken mal wie die fährt und dann fangen wir an die richtig aufzumotzen a la West Coast Custom Size. Wir sehen uns draußen, viel Spaß beim Video zu gucken. Ich vergesse nicht euch zu abonnieren, Glocke zu aktivieren und einen Daumen hoch zu lassen. Danke. So, so mal gucken was das Biest hier was hält. Oh, kein Sound hat die. Ich denke der Typ hat die Handbremse gezogen oder so. Das ist doch mal eine Cruiser-Karre ey. Oh, ich krieg nicht mal die Handbremse hier mitgezogen. Das wird erstmal ein richtiges Challenge, diese Kiste zum Driften zu bringen. Ich krieg ja nicht mal auf 100, ja doch. Oh, ich muss euch sagen. Ich muss euch sagen, evite den Bui Bui à Burger près de la plage. Was ist das Problem? Also, ich habe einen Burger auf Poulet. Ich habe einen hierher Abend gegessen. Und heute Abend war es nicht so schön. Oh. Ich habe einen Gauzart. Das ging aus einem Gauzart. Ich glaube, es war kein Guacamole. Also ich bin richtig gespannt, wie krass wir diese Kiste aufmutzen können hier, wie die Tuning-Teile hierfür sind und was für schöne Extras wir hierfür haben. So, gehen wir erstmal rein hier, ich sehe ja so kommen wir nirgendwo hin, so, auf jeden Fall einen geilen V18, das muss ich sagen, richtig schön, das allererste, wie immer, tief legen. Hier einfach ein bisschen Quell setzen, so, ok, Auspuff Sound, lassen wir mal, Farbe auch, guck mal hier ein bisschen Chaos Restyle, ok, was gibt's denn hier noch Scherderes? Hm, zeig mal von der Seite oder so. Ach, das hier ist sauberer, nehm mal den hier. Ok, das Seitenteile haben wir auch noch, geil, die können wir auch noch tiefer legen, aber für die Seitenteile warten wir noch ein bisschen. Erstmal hier, den Frontbomper, ne, das ist es. Zeig mal, zeig mal, das sieht doch schon nach was Schönerem aus. Richtig Tuning-Style, komm, lass mal den hier drauflegen. Jetzt Tuning kompletieren, oh, mit dem hier, sehr hübsch. So, hoffentlich kommt auch noch eine geile Haube hierzu. Was ist denn los? Scheint nicht. Fenster 100% schwarz. Den setzen wir schön mal mit Licht hier. Hm, mal sehen, mal sehen. Da, Tier. Ach, mach ich aus Karbon. Wo ist denn der Auspuff, Alter? Seid in den Jungs. Ja. Die gefallen mir richtig, richtig gut. Hier mal schnell hier den Hiet hier hinten rausnehmen mit den kleinen Blümchen. Wie immer. Hält das Gunner Hält. Wie immer. Und lass mal hier, ne, den draufsetzen. Für die Seitenteile, ey. Mal gucken, mal gucken. Ja, einfach nur den Style. Den Jeep Style. Geil. So, jetzt mal die schöne, fette Fenien. Hm, die sehen heiß aus, Alter. Da, immer. Ich habленo meinen Halt. Weil, was das hier inидень lapet war. Ja, Leute. Also, ich habbelt Michael结國. Also, ich hab'했던 Brunorespons. Ich hab dich, Stefano uitgehalten und gerade mal vom Herz runter. uestas vac constante. Years, ich hab' ich inscус. Und dann habe ich hier ****. Und jetzt habe ich? Und eine November hijo, dauerrière. Ich hab' b کر' mind像. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mal gucken, was eine hübsche Farbe hier daraus gemalt werden kann. Noch ein bisschen. Okay, jetzt... Jetzt ist sie komplett blau. Das läuft. So, hier mit dem Rot und so. Hier. Hier. Das ist die perfekte Farbe. Mal gucken, was für Vinyl. Hier. Okay. So, okay. Äh... drauf setzen. Das ist... gründlich. Das ist gut. Jetzt müssen wir jetzt Motor checken. Motor 610.000. Hätte ich mir jetzt schon... Hätte ich mir jetzt schon... hier. Gibt mir einmal den hier. Und abonniert auch den Kanal. Und abonniert auch den Kanal. So... Das ist gut. Das ist gut.